So hilflos und linkisch, rührend unbeholfen und doch voll majestätischem Selbstbewusstseins. Eine gute Natur als Mensch und als Künstler. Diese kindliche Einfalt und Schlichtheit bei so hoher Bedeutung und Begabung. Musik als grandioser Versuch, die schreckliche Enge zu überwinden. Musik als grandioser Versuch, die schreckliche Enge zu überwinden. Musik als grandioser Versuch, die schreckliche Enge zu überwinden. Musik als grandioser Versuch, die schreckliche Enge zu überwinden. Musik als grandioser Versuch, die schreckliche Enge zu überwinden. Meine Orgel, meine Königin, damals in London war ich der König in der Royal Albert Hall. Und dann der Kristallpalast, 70.000 Leute waren da, auf Schultern haben sie mich getragen. Ein riesiger Applaus, immer ohne Ende, es war eine Sensation. Alle waren sprachlos, überwältigt. Heiliger Ernst und Schmerz.